In diesem Video erklären wir Ihnen, wie Trusted Shops Ihre automatischen Bewertungseinladungen zum richtigen Zeitpunkt versendet. Das hilft Ihnen dabei, Ihre Öffnungsrate und damit die Gesamtzahl Ihrer Bewertungen zu verbessern. Loggen Sie sich zunächst mit Ihren persönlichen Zugangsdaten ins Kontrollzentrum ein. Klicken Sie erst auf Bewertungen, dann auf Automatisierung. So gelangen Sie zu den verfügbaren Events. Aktivieren Sie das Event Checkout über den Schieberegler. Sonst werden keine automatischen Bewertungseinladungen verschickt. Der Checkout definiert den Tag, an dem eine Bestellung in Ihrem Shop eingegangen ist. Klicken Sie anschließend auf den Reiter Einladungsregeln. Über die Einladungsregeln legen Sie fest, wann und in welcher Form die Bewertungseinladung versendet wird. Voreingestellt ist eine Sendeverzögerung von sieben Tagen. Klicken Sie zum Bearbeiten auf das Stiftsymbol der voreingestellten Einladungsregel. Für die Sendeverzögerung wählen Sie die Anzahl der Tage, die zwischen der Bestellung und dem Versand der Bewertungseinladung liegen soll. Orientieren Sie sich dabei an der durchschnittlichen Lieferzeit Ihrer Produkte und rechnen Sie ein paar Tage als Puffer drauf, zum Beispiel wegen Verzögerungen der Lieferung. Die Produkte sollten auf jeden Fall vor der Bewertungseinladung angekommen sein, denn das ist die Grundvoraussetzung für eine aussagekräftige Bewertung. Stellen Sie dann die Uhrzeit ein, zu der Ihre Kundschaft am ehesten E-Mails öffnet. Wenn Sie das nicht genau sagen können, nehmen Sie einfach die Uhrzeit, zu der die meisten Bestellungen in Ihrem Shop eingehen. Wählen Sie als E-Mail-Vorlage zum Beispiel die Standardvorlage namens Optimized E-Mail Template aus. Für den Fragebogen haben Sie zwei Möglichkeiten. Die Standardvorlage Standard Questionnaire Template fragt ausschließlich nach einer Sternebewertung. Die erweiterte Vorlage Extended Questionnaire Template bittet zusätzlich noch um Feedback zu Lieferungen, Ware und Kundenservice. Speichern Sie Ihre Einstellung. Selbstverständlich können Sie auch weitere Einladungsregeln erstellen, über den Button Neue Regel hinzufügen. Zum Beispiel, wenn Sie verschiedene Shops mit unterschiedlichen Lieferzeiten in einem Account betreuen. Sie haben es fast geschafft. Es fehlt nur noch die Aktivierung Ihrer Einladungsregel. Klicken Sie dafür links im Menü auf Einladungen und anschließend auf Einladungsregeln. Haben Sie mehrere Shops bei Trusted Shops registriert, dann wählen Sie nun unter Kanal den Shop aus, für den die Regel gelten soll. Über den Schieberegler aktivieren Sie die Regel. Es kann immer nur eine Einladungsregel pro Kanal aktiv sein. Geschafft! Ab jetzt werden für neu eingehende Bestellungen Ihre automatischen Bewertungseinladungen zum gewünschten Zeitpunkt versandt. de des Die capable i des 2 baby